Bevor es gleich direkt losgeht, wollten wir nur mal ein fettes Dank loswerden ans Jump House und ans Team, die uns da einfach haben drehen lassen. Richtig korrekte Leute, Grüße gehen raus. Und jetzt zur Challenge. Ziel ist es, die verschiedenen Stages als Schnellsatz zu durchlaufen und wer dabei runterfällt, ist raus. Wenn ihr mehr von solchen Ninja Parcours Videos wollt, dann gebt doch mal einen ritterlichen Daumen nach oben. Und jetzt, bevor das Video losgeht, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnt. Jo Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind mal wieder im Jump House in Köln. Und zwar haben wir uns gerade die ganze Zeit warm gesprungen und jetzt geht es da hinten in die Ninja Warrior Challenge. Drei Parcours, drei Leute und dann gucken wir mal, wie das heute wird. Let's go! Zwei Zöpfe hier. So Freunde, wir sind jetzt hier vor der Ninja Box. Die Vorfreude weicht so langsam, der Angst. Okay. Bist du 1,30 Uhr groß? Ja, passt. Ja, mit Zopf. Mit Zopf geht. Ja, geht. Wollt ihr mal ein Boodie sehen? Ja, Mann. Ja. Und go! Boah, das ist gut, Mann. Das ist gut. 14,7. Ja, nicht schlecht. Ja, wow. Auf die Brenze. Fertig. Los. Oh, oh, oh. Er ist noch drin. Er ist noch drin. Oh, oh, oh. Er ist am Strugglen. Oh, oh, oh. Ah, ich bin sicher. Oh, oh. Gut. Oh, oh. Oh, Gott. Oh shit! Oh shit! Komm! Zieh man! Jawohl! Sehr gut! Strike! Oh shit! Sonst wäre Bombenzeit gewesen. Das wäre Bombenzeit gewesen, Mann. Das wäre Bombenzeit gewesen, Mann. Keine griffen. Damn! Komm schon, komm schon! Denk an die Zeit, Bruder! Drück, drück! Leute, hier ist gar kein Peter gelaufen. Das stimmt doch gar nicht. Flo, Ki, Flo, Ki! Er geht an die andere Seite rum. Und jetzt der Wikinger. Will da irgendwie mit den Füßen rein, was macht er denn da? Komm, zieh durch, zieh durch. Und rüber. Und dann noch kannst du Lars schlagen. Wenn du dich jetzt weißt. Loco Tarzan. Egal, für die Ehre. Und den Bazaar. WTF? Ich habe immer nur eine bessere Zeit als Norden. Obwohl ich reingefallen bin. Aber zählt nicht. Das ist der Weltrekord. Das ist der Weltrekord. Das ist der Weltrekord. Ich will mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, klar. Komm hoch. Nimm meinen Fuß. Nehmen wir an, das hätte ich geschaffen. Ja, er hat es geschaffen, Leute. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Easy, Alter, easy. Sehr gut. Hey, sie sind Platten. So edel. So traurig. Leute, Mr. Bizeps hangelt sich jetzt hier mit einem Arm lang. Und der Kamera. Joke. Du bist noch schneller hier als Lars. Komm. Ach, scheiße, da ist er. Komm. Nein. Ah, pass auf die Kamera. Fies, ich bin schneller. Hier. Boots, Digga. Lars ist einfach unschlagbar in dieser Bahn, ey. So, Freunde, die Challenge ist zum Ende. Wie ihr gesehen habt. Ich bin richtig billig. Ach, Mann. Lars hat abgeräumt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.